Also vor 24 Jahren haben wir den Wettbewerb gewonnen, damals für das Tuwas mit den Kollegen Bremer und Gronig zusammen. Und vor 20 Jahren ist das Bad in Betrieb gegangen. Das war damals unser erster Wettbewerbsentwurf von 4a überhaupt und wir durften das gleich bauen. Das war das erste Mal, dass wir uns mit dem Thema Bad beschäftigt haben und wir haben uns erst mal sehr mit dem Ort beschäftigt. Vorgefunden hier haben wir eine schöne Parksituation mit alten Bäumen und der erste Gedanke war, dass wir einfach die Becken zwischen die bestehenden Bäume schieben und die Bäume einfach stehen lassen. So jungfräulich sind wir an das Thema rangegangen. Daraus haben sich, das sieht man jetzt hinter mir, diese Baumzylinder entwickelt, die dann auch wirklich durch den Entwurfsprozess durchgegangen sind und geblieben sind. Natürlich, die Baustelle fing an und das erste war, die Bäume mussten fallen. Die hätten natürlich diese Baustelle niemals überlebt. Aber das Wichtige, die Idee ist geblieben. Da stehen schöne große Ginkgo-Billowars drin, die im Herbst ganz toll sich gelb verfärben und dem Gebäude natürlich was ganz Besonderes geben. Aus den Baumzylindern hat sich dann ein weiteres Thema entwickelt. Wenn wir uns die Decke anschauen mit diesen farbigen grün, gelb, blau, roten Deckenplatten, haben wir einfach versucht, diese Bäume in ein künstliches Blätterdach zu überführen und das an der Decke im Grunde abzubilden. Ich weiß noch, wir waren damals, wir hatten gerade den Entwurf fertig, hatten ein großes Modell bei uns im Büro stehen. Da kam der alte Benisch zu uns ins Büro und guckte dieses Modell an und dann hat er gesagt, ja, ja, ganz schön, aber ihr habt nur ein großes Dach. Das war sein gesamter Kommentar. Und dann haben wir überlegt, wir müssen an diesem Dach weiterarbeiten, wir müssen was tun und haben dann eben diese Decke entwickelt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir waren fast noch nicht mutig genug. Man hätte fast noch mehr Farbe an die Decke bringen können und das noch deutlicher machen können. Wenn man auf das Gebäude zugeht, sieht man links diese großen Betonfertigteilplatten, die sich an den Felsformationen des Donautals orientieren. Das wird dann auch im Sauna-Inneren fortgeführt. Wir mussten uns ja mit allen Themen wirklich ganz neu beschäftigen. Wir hatten kein Bad vorher gebaut. Wir haben uns in jedes Detail reindenken müssen, haben neue Details entwickeln müssen. Welche Materialität habe ich hier? Ich brauche warme Materialien, ich brauche schöne Farben, wohlfühlige Farben. Ich will mich einfach wohlfühlen in diesem Bad. Damals waren noch andere Zeiten. Das Bauen war noch billiger. Hier gab es einen Oberbürgermeister, der unbedingt diesen Entwurf umsetzen wollte, der das toll fand, was wir geplant haben. Und da hat es funktioniert. Ich habe oft festgestellt in meiner 30-jährigen Karriere, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort sein muss. Also gewisse Gebäude funktionieren zu einer bestimmten Zeit. Zwei, drei Jahre später wären sie gar nicht mehr möglich gewesen. Mir hat auch damals diese Idee mit dem Blätterdach einfach gut gefallen. Das war eine Idee, die hier gepasst hat und die wir ganz schön auch mit diesen elementierten Decken umsetzen konnten. Heute bin ich ja nach 20 Jahren wieder mal ins Bad gekommen. Und ich muss sagen, also erst mal, es sieht fast noch genauso gut aus wie vorher. Und die Frage, was würden wir heute vielleicht anders machen, das ist schwer zu beantworten, weil eigentlich ist das Bad immer noch sehr gut und vieles würden wir, glaube ich, nicht anders machen. Aber es ist natürlich schwer, wenn man einmal was Gutes gemacht hat, muss man eigentlich noch besser werden und nicht wieder schlechter werden. Das ist der Punkt. Und deshalb kommen oft eben ähnliche Elemente, die wir damals wirklich hier speziell entwickelt haben, in wirklich einer mühevollen Planung. Ich werde da bis heute von profitieren, muss man sagen. Bis zum nächsten Mal.